Ja, ein Trackmania geschriebener Marc hier. Welcome back guys. Ähm, gestern der Track Bay war ganz okay. Äh, 30, 33, Top 80 in der Welt, kann ich mitleben. So, Top 80 on yesterdays Track. Ähm, ja, it was a nice Track. I had fun. Nächster Track, Skarland, bei Drathans Hex. Okay. Hier auf dem Live-Server hänge die Autorenmedaille dran. Ähm, I'm going to the Live-Server and, äh, Author Metal is coming up next. Ja, mit den Gängen, mit dem Gängen, das ist immer so... ...nervig. Könnte sein, dass man da noch in Gang, in Gang halten muss, oder... ...irgendwas muss man da machen. Komisch. Oh, vielleicht ist das schon genug. Jawoll. Ich glaube, es ist sogar genau die Autorenmedaille. Yo, äh, 34,906 ist die Autorenmedaille und ich hab 9,05. So, Author Metal ist 34,906 und ich hab 34,905. Ja. Also ja, ähm, ist mal wieder so ein Dirt-Track. Naja, okay, okay. Scenery ist natürlich nice. Ja, also da geht's wieder irgendwie um den Gang. Da wär ich nicht schlau draus, leider. Müssen wir mal gucken. So, äh, wirklich like the scenery, guys. Und ja, es ist ein Dirt-Track. Like, we had similar Tracks. Let's see, was, äh, was, äh, still possible. So, let's see, ähm, mehr than one second is possible. Ja. So, let's see. 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 So, let's see.